Sparfüchse aufgepasst! Die Entwickler haben ein kleines Pack-Bundle geschnürt, welches in wenigen Tagen komplett kostenlos heruntergeladen werden kann. Alles dazu in diesem Video! Dass man bei DSIMS 4 mal etwas gratis bekommt, kommt normalerweise nur im Rahmen der kostenlosen Updates fürs Basisspiel oder Sims Delivery Express Inhalten vor. Bis auf das kostenlose Feiertags-Pack und Wüsten-Oasis-Set vor einigen Wochen gab es noch nie dauerhaft komplett kostenlose Packs für unsere Lieblings-Simulation. Wer aber schon am Donnerstag auf der Epic Games-Site herumgescrollt ist, wird eventuell das kostenlose DSIMS 4 der gewagte Lebensstil-Bundle bemerkt haben, welches hier für den 11.05., also diesen Donnerstag, datiert ist. Dieses kann ab da bis zum 18. Mai kostenlos heruntergeladen werden. Falls ihr diese Packs noch nicht besitzt, erhaltet ihr also hier welche im Wert von immerhin 35 Euro. Wie ungewohnt, dass wir plötzlich was geschenkt bekommen, wobei man sagen muss, dass es im Epic Games Store schon öfters vergleichbare Aktionen und Deals gab. Um das Angebot annehmen zu können, müsst ihr euch aber bei Epic Games mit einem eigenen Account registrieren. Ihr habt wohl ebenfalls die Möglichkeit, euren Account mit der EA-App zu verbinden. Ob und wie das Spiel mit euren bereits vorhandenen Packs klappt, ist derzeit noch unklar. In der Theorie sollte das aber reibungslos funktionieren. Falls ihr noch kein einziges Pack besitzt, solltet ihr euch aber auf jeden Fall eine Woche lang die drei kostenlosen Packs holen. Das Dschungel-Abenteuer-Gameplay-Pack ist wirklich lustig, welches aber für mich persönlich irgendwann leider ein wenig seinen Reiz verliert, wenn man Salvadorada mehrmals einen Besuch abgestattet hat. Luxusparty hat extrem extravagante neue Klamotten zu bieten, die wahrscheinlich nicht jeden Geschmack treffen. Ich war nur leider besonders von der Baumodus-Auswahl ganz schön enttäuscht. Das Fashion-Street-Set kam in der Community recht gut an und konnte mit an Mumbai angelehnte Klamotten überzeugen. Falls ihr diese Packs noch nicht besitzt, schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei und schlagt hier ab dem Donnerstag zu. Alle anderen Packs gibt es ebenfalls recht günstig bei Instant Gaming, Link in der Beschreibung. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr diese schon? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.